ich brauche benzin ist denn hier irgendwo benzin bieber benzin okay auf der anderen seite da müsste sein ah fuck der ist nicht dieser tuner mit der sackgasse habt ihr nach ausschau gehalten auch ernsthaft im verarschen schon wieder eins so langsam nervt schon wieder ein paar lebensmütige bastarde schon wieder ein paar so noch einer so noch so ein drecksack wer will hier noch was ist ja noch einer irgendwo noch ein hinterhalt obwohl ich ja die camps aufgeräumt habe sind trotzdem immer noch welche da geht es war der einzige wo bist du wo bist du du penner okay ich muss wohl hier die reichweite erhöhen habe ich einen punkt frei habe einen frei okay wo ist denn hier kriegen wir es unter den zusätzlichen das wäre nützlich hört die reichweite komm gib das mal her adler auge schön verbesserte überlebenssicht reichweite vielleicht sehe ich sie dann fertig hat stufe fünf was haben wir denn da gesundheitscocktail bullshit das der regenerationsrat okay das ist nice und schaden erleidest ist das einzige aber sollte es auch erst mal wieder hier hingehen und hier sachen tun vor allem dass sie mit waffen und fernkampf okay aber wo zur hölle bist du von wegen die werden hervorgehoben wo bist du du penner ja von wegen die werden gezeigt von wegen von wegen oder so abgehauen wie sehr abgehauen da muss ich kurz trinken muss auch sein zwischendurch okay hier ist noch so was ich glaube es weg na schön nach kleinen moment so geht weiter geht es hatte was im hals toll nach der kältung ah ich heiße den sommer der ist schlimmer als winter da werde ich öfter sehr kältet dann wohnt es nicht offen bist du er wollte mich verarschen wo kommt ihr auf einmal her wo kommt ihr auf einmal her du willst mich doch verarschen wo kommt ihr auf einmal her ja leg mich doch das bohnt ihr einfach so das bohnt ihr einfach so ja scheiß Lappen scheiß Lappen oh verdammte penner oh die shit sind die ätzend ja das war's ja das war's Musik kannst dich beruhigen es ist vorbei so und wir haben wieder Benzin können wieder fahren oh ein Sturm zieht auf oh ein Sturm zieht auf nicht gut zahl deine Steuern Auto dann darfst du hier weiter leben gut Dankeschön und wo ist der Nächste so der Nächste da muss auch zahlen gib deine Steuern her und du gib dein Geld her na los so schön eintreiben okay das reicht äh das reicht oder na ein Auto noch ein Auto muss noch dran glauben so gib dein Geld her gut so das hätten wir wir sind wieder voll danke für eure Zusammenarbeit und so ist echt nett dann können wir weitermachen können euch beschützen und speichern so das hätten wir und wo fahren wir hin ach stimmt wir fahren da hin genau äh aber Sekunde dann sollte vielleicht erstmal hier hier das anschauen machen wir das zuerst vielleicht haben wir dann noch Camps die wir freiräumen können und bekommen dafür Zeug und Informationen über diese Region das wäre auch nicht schlecht wo Hinweistafeln sind und so das brauchen wir ah shit nein fuck okay das war knapp gut hat keinen Schaden bekommen da bin ich froh ja watsch ach man äh das Radar kann einen manchmal echt verwirren so ich fahr durch haltet mich nicht auf dort ist ja eine Horde hier sind so viele Typen ist ja eine Horde das sieht nicht so aus seht nicht so aus tja wo könnte hier das nächste sein die nächste Horde ich glaube eins sind wir hier Hilfe achso schon wieder sowas dachte schon was denn jetzt wieder los ja beruhig dich ich helfe dir du wirst befreit schön Bounty Riegel hör auf zu schreien du lockst die Zombies an halt's Maul hör auf zu schreien verstanden du lockst die Zombies an das ist nicht gut das ist nicht gut stirb nicht ach ne sag mir nicht du bist auch verpackt bitte nicht oder muss ich die töten muss wohl die töten so da ist noch einer tot da ist noch ein Vier dich bring ich auch gleich rum sicherheitshalber hallo bleib hier und dich bring ich am besten auch gleich rum sicherheitshalber bring ich dich rum oh der was wo zielst du denn hin wo schlägst du denn hin verdammt so ich glaube jetzt ist die Luft rein ich glaube jetzt können wir ihn retten ne da ist noch einer ja wo kommst du denn her aber nicht auf Stumpfhausen oder lass ihn in Ruhe so schön Arm ab schön Kopf ab nice so muss das können wir jetzt reden denn ach warum ach warum musst du verpackt sein warum warum bist du verpackt man da haben wir mal wieder einen den wir zu Ike schicken können also Mike der Iron Ike ok 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 du hast hinge richtet können nicht schiessen können nicht labern ok es verpackt ja grossartig wieder ein überlebender den wir nicht befreien können wieder Punkte die wir nicht bekommen grossartig äh können wir reden kann ich dich befreien kann ich dich vielleicht befreien können wir labern musst du ja da näher raus oder rein na ne näher zum Auto bringt nix gut dann scheiß drauf na und wir können jetzt hier hin fahren schön jetzt dürfen wir alles klar düt düt ok ja was ist das denn war das schon vorher hier war das ja schon vorher da oder sind wir woanders hingefahren woanders oder ich glaube von da sind wir gekommen war wohl von da oh shit ein bär ähm nein hab keine munition ich hab keine munition oh oh da ist ein Fragezeichen was ist denn hier das war irgendwo hier hier drin war das hier drin oder wo irgendwo war ein Fragezeichen ok es wird jetzt doch angezeigt schön es war irgendwo hier aber wo denn genau was ist denn hier ich sehe hier nix hm nöö ich glaube hier ist nix ja und ich glaube die hat mich gesehen ich geh lieber weg bevor der Bär noch kommt schnell weg hier keine Ahnung was hier war aber wir gehen so gehen wir die Farm besuchen mal schauen wie es denen geht bäm ok das sind die gestorben genau ok was ist hier los ok da wird geballert schade nicht erwischt so schön vertrauen nice äh lass es bitte ich bin Freund ich bin Freund ok mit denen sollen wir uns lieber nicht anlegen die haben sowas das kann übel enden richtig übel ich hab kaum noch Munition verdammt muss nachher dringend zum Camp zurück hey was geht ab ja die kennen mich schön so was geht denn hier ab was können wir denn hier tun ist alles fit hier können wir schlafen und die bewachen uns das ist aber nett ok haben wir uns das hier angeschaut schön mal schauen was es hier sonst noch gibt wo können wir denn hier ein bisschen hinfahren äh können wir hier hin können wir da hin mal schauen das ist die Straße da vorne ok ist da noch einer red ok keine ahnung worauf die ballern hm ich glaube hier rauf können wir gut was haben wir denn hier so hm ok schauen wir mal was ein Fragezeichen in diese Richtung das ist da oben ok Sekunde am besten zu Fuß ja schnauze hier lass mein Bike in Ruhe was ist denn hier passiert hier ist denn welche gestorben was ist denn hier passiert schachtel mit Nägeln ist voll ja das können wir nicht mitnehmen das geht nicht ok und deswegen bin ich hier hingefahren für das hier ja natürlich tolle Zeitverschwendung richtig toll ok jetzt sind wir hier ein bisschen hochgefahren aber ich glaube hier ist auch schon ein Ende wie es aussieht schaltdämpfer Mann das braucht niemand scholke wieder kein Schrott mitnehmen nein nope hier ist nichts hier ist niemand der hat mein Bike umgestoßen ich glaube es hakt ich glaube es hakt ich glaube es hakt bei dir du willst mich verarschen das machst du nie mehr mein Bike natürlich hast du mich gesehen komm her ich will dich treffen ich will dich kennenlernen so schönen Kopf hast du da schön zum einschlagen ok fahren wir hier noch ein bisschen rum mal schauen was hier so ist was haben wir denn hier noch so ist ja vielleicht noch ein Camp oder sowas hm ok ja sieht nicht so aus oh shit langsam hu das war knapp schön vorsichtig ok 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 das hätten wir dann äh da vorne da scheint noch was zu sein ein paar Häuser und schauen was wir da so finden diese Richtung hier da vorne ist irgendwo da drüben ok ach da sehe ich es schon ok am besten hier lang und shit fuck ja ich sollte langsamer fahren sollte vorsichtiger fahren auf diesem Gebiet hier nicht so schnell stopp drück auf die Bremse ok wat willst du machst du mich an ok 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 ein Hortenplatz hm ok wo sind die na gut wir haben eh keine Munition für die aber gut zu wissen hier sind welche hier laufen welche rum ist gut zu wissen ok ich glaube hier ist nichts mehr da oben vielleicht noch aber wir gehen jetzt mal zurück wir brauchen Ausrüstung was ist denn hier passiert was ist denn hier passiert warum sind hier so viele Leichen was hat ich auch mal weg wegginsch Scheisskrabler ist ich verarschen Scheisskrabler Bueno ne es kein Grablers ein Schwärmer toll aber das sind zu lautlos ernsthaft aber wer hatte Schwärmer hier getötet wer hat die denn getötet da können wir nicht klettern da können wir nicht aufklettern so schön sammeln noch ein paar Ohren, das ist gut aber wir haben nicht mehr viel wir brauchen dringend Munition das könnte auch der Bär gewesen sein, oder? was war das hier? so viele Leichen, ach du Scheiße oder die waren das? die haben das freigeräumt, ok, wer sind die? ach hier sind wir wieder, ok aber die waren ja fleissig haben die die Horde ganz alleine besiegt, oder wie? sieht so aus, bei so vielen Leichen dankeschön und da kommt noch eins ja, das bin ich danke fürs töten, das ist aber nett dankeschön und hier sind noch mehr und ich sollte schleichen nein, er hat mich gesehen er hat mich gesehen nope na warte, du Penner schnauze so, danke für das Ohr kann ich gebrauchen ich muss dringend zum Camp zurück ich muss mich aufrüsten aber das da vorne nehme ich noch mit noch ein paar Ohren ok, ich glaube hier sind ein paar Horden ein oder zwei lauter Musik na, beruhigt ihr ok, gehen wir wieso ist mein Bike wieder unten? warum ist mein Bike wieder unten? was, was soll das denn? oh, da sind noch mehr da sind ja noch mehr ja, geil so, Sekunde das nehme ich gerne mit warum wäre sie gestorben? hm oh, das ist ja echt nett ok, die sind unten gestorben was ist denn hier so passiert? wo sind die? ok, die sind nicht hier ah, was willst du denn? halt's im Maul hier wo kommst du auf einmal her? so, als ich da allein entlang gefahren bin war da keiner ach da, ach da einfach so, auf der Straße das einzelne Ohr die Leichen sind dyspond interessant ah, ich brauch, äh, Treibstoff brauch Benzin also viel zu tun man hat einfach nie Ruhe ja, deswegen bin ich auch hier beruhigt euch und füll ab schön abfühlen das Bike da kann man es besser ausführen so, die Gegend zeigen schön romantisch ja, schön, ok das Romantik kann losgehen hier schön mit Schnee richtig schön hm, das ist wieder ein X, ok ist mir jetzt egal wir brauchen Ausrüstung und dann mal schauen, was wir sonst noch auftreiben können leider geht das wohl nur Stück für Stück anstatt alles auf einmal aber nee das wäre zu schnell zu effizient gut, das geht so nicht man muss es schön in die Länge ziehen ok hm, da war ein Unfall interessant gleich mal zurück zurückfahren und weiterkaufen ok naja, es fängt an zu laggen nicht gut ich sollte da schnell hinfahren aufrüsten das abgeben und dann eine Aufnahmepause schätze es ist wieder so weit ja, das bin ich was geht ab dankeschön ja, ich hab dich hab dich verstanden so jetzt mal hier schön aufrüsten hey was geht ab hey toll, geil ok das sind schöne Begrüßungen richtig schön ja, gut ok glaube, sie freut sich nicht nicht so wirklich ja, hört sich echt so an hm so, gut, das hätten wir ja, bis dann und wir haben Beute abzugeben richtig viel hier zwei Horten haben wir erledigt ja, bis dann wir waren schön erfolgreich ok, und sonst haben wir hier nix doch Küche haben wir noch stimmt hm, das haben wir schön Wimmel von ihnen von ihnen ja, das ist vorbei 300 Vertrauen schön darf Booser bleiben aber erst dann neue Mission freigeschaltet Karte suche nach Lisa stimmt, ok das müssen wir auch tun genau braucht eine Hilfe Fertigkeitspunkt ach du scheiße so viel geht hier ab oh, da weiß ich gar nicht wo wir hinschauen ok, zuerst zuerst das hier Nahkampf Fernkampf was machen wir da als nächstes Reduzierten Rückstoß Sprinten nachladen Präzision von Fernkampf Waffen ok, Nachladezeit keine Konzentration mehr das da brauchen wir ok, wir gehen da hin können Fernkampf Waffen schwere Gegner eh aufhalten machen wir das dann können wir sie endlich mal aufhalten anstatt dass die weiter auf und zu stürmen obwohl sie getroffen werden mehrmals Stürmer zu aktivieren werden betäubt gut und die dritte Stufe nice dann mal schauen was sie da als nächstes machen aber das Ziel ist jetzt das hier und das ist auch nicht schlecht und das da weniger wo wir dann Gehirnteile essen äh naja bin ich so ein Fan davon nicht so wirklich gut dann noch ab zur Küche der Küche Küchmann haben das schön Fleisch abzugeben der Freund ist hier haben dann genug zu essen und zwar richtig viel hier Beerenfleisch drei Stück 21 Kirschfleisch und 12 Wollfleisch und ein paar Unkraut bisschen Gemüse aber kein Brokkoli so geil so viel haben wir gejagt und wir sind wieder voll perfekt das noch reparieren ok darf ich nicht muss ich nachher tun aber wir sind wieder bereit wir sind aufgerüstet ok dann mal schauen was machen wir als nächstes in den Essen aufnahme dann ok Lisa ist da drüben das würde dann eher zuerst machen da ist nichts mehr schade ach man wir haben das leider verpasst verdammter Mist ich hoffe das kommt wieder und sobald es wieder kommt dann ohne wenn und aber sofort dahin ohne wenn und aber auch wenn Koblenz uns einen Auftrag gibt selbst dann und dann kommt das zuerst Lisa ist wichtiger zusätzliche stories auch neben rippern sie wieder entführt oder ne warte sie ist weggelaufen wurde gesagt aber ich hoffe das hat nichts mit den rippern zu tun dass sie zu innen weggelaufen ist oder das hoffe ich nicht kann man reparieren so wir sind jetzt bereit für die nächste Aufnahme dann gut was willst du was willst du willst ein Autogramm geht einfach wortlos vorbei glaube ich wollte was sagen aber hat gehört dass wir eine Aufnahmepause machen und wartet auf nächstes Mal okay ja dann bis zum nächsten Mal ciao